So, tschüss. Ein bisschen kostig hier. Das ist ein Druckerfahrer. Ja, das geht aber gut mit der Higa. Wir gehen auf einmal frei. Ich hoffe, sie kurz habe ich, aber sie geht nicht. Ich muss erst mal hier den Ebel losmachen. Jetzt geht es, ja. Super, gut, toll. Ich muss gleich so gehen, in die Richtung. Ja, und rein. Mach mal viel, Alter, ja! Dann alles, ja ... Wir müssen jetzt mal den Ebel ausmachen, auch. Wir müssen jetzt noch die Wurzeln aufmachen. Jetzt kommt noch der Ebel ausmachen. Ja, genau. Ja, der kleine da. Ja, ja. So, so, mal zwei oder so. Die bringen neue Frühe und Fleischmaschinen mit. Die machen halt schon nur halt fünf Jahre. Das reicht doch. Die machen halt zwei Jahre. Die machen dann mit. Das ist wirklich so. Die machen halt fünf Jahre. Die machen halt fünf Jahre. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Vielen Dank. 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 Vielen Dank.